Hallo, einen wunderschönen guten Morgen wiederkommen Leute und herzlich willkommen bei Alien Isolation. Ein wunderschönen Spiel, ein Spiel mit wunderviel Spaß und ganz toll und so weiter und wir müssen wieder mal einen Aufzug fahren. Und wisst ihr was das Tolle ist? Ich habe... Ja, okay, ich habe noch einigermaßen Munition, aber es könnte besser sein. Ich weiß nicht, ob es sicher ist zu rennen, aber ich glaube ich brauche es gar nicht. Ja, wir haben das Vieh ja sowieso ins Nirvana gepustert, aber ich traue dem Ganzen nicht. Ich traue dem Ganzen nicht. Das Vieh hat es bestimmt irgendwie geschafft. Keine Ahnung. Oh, hat ein Ei gelegt. Hat ein Backup von sich gemacht, kann auch sein. Und haupt es irgendwo, ich bin wieder da. Ja, ich werde das Ding jetzt gleich... Schief ging, schief ging, schief ging. Bindemittel. Also, ja, toll. Evi-Inventar, nein, geht natürlich nicht. Das ist mir schon wieder... Oh. Wie kann ich denn da noch bauen? Bin ich doof? Oh. So, ein Geräuschmacher gebaut, das ist schön. Können wir noch was bauen? Können wir auch so viel machen? Oh Gott, kann ich viel machen. Einen Molly. Oh, Medikit ist immer schön. Medikit können wir niemals mehr als genug haben. Oh, jawohl, noch mal. Noch mal ein leckeres Medikit. Das ist ja ein Traum. Aber es können gleich... Alter, was habe ich denn da alles für Zeug gesammelt? So, das reicht mir ja nicht, um dem her zu was denn. Aber ich kann ein paar Sachen bauen. Und ich habe, glaube ich, den ganzen Quatsch auf Maximum. Cool. Habe ich sogar Flammenwerfer-Ammunition gefunden? Ich habe Flammenwerfer-Ammunition gefunden, weil ich so toll bin. Ich freue mich. Und ich sehe gerade, ich werde mir jetzt ein Medikit reinpfeifen. Ich bin wieder ganz voll. Ich bin voll dabei. Weil das Alien nicht da ist, kann ich auch rennen. Ich hoffe, ich kann rennen. Ich hoffe nicht, dass da jetzt irgendwo gleich hier so ein Vieh kommt. Wer weiß. Das Ganze ist nur eine Illusion. Wer weiß. Ich laufe jetzt einfach mal, weil da komme ich ein bisschen schneller voran. Nein. Ist da... Ist da Party irgendwo? Oh, guten Tag. Was? Was? Hallo? Fack, Alter. Ich freue mich. Wir folgen mich doch jetzt nicht, oder? Hä? Achso, ah. Hä? Hä? What? Tür überschlossen. Ja, das ist schön. Finden Sie einen Weg zurück zum Kanal? Blablabla. Das ist ja, was da, was da, öffnen Sie in Sicherheit. Das ist schön, ja. Ich denke, man muss hier irgendwo eine Konsole finden und den Strom wieder herzustellen. Oh, finden wir natürlich so einen Quatsch genau. Also Terminal, oder? Nein? Kein Terminal? Oh, aber eine Speichertation, weil es ist so einen schönen. Und den kann ich nie mehr als genug haben. Äh, äh. Äh, äh. Oh, das schon mal sagen, ich bin hier noch Schrot drin. Okay, pass schon. Das ist so ein paar Worte. Das ist so ein paar Worte. Das ist so ein paar Worte. Ich bin eigentlich, das ist so ein paar Worte. Verstehe ich gar nicht. ab egal ich habe jetzt auch nur nach vorne gleich ist ja hier war ich bin ich ja Ah, du Bastard. Komm, chill. Strom wiederherstellen. Der ist doch kaputt. Strom wiederherstellen. Ihr seid ja wieder lustig. Also wieder alles, wer von mir wollt. Komm, mach du Strom. Komm, mach das. Komm, mach dies. Komm, mach jenes. Komm, ja, bin ich der neue Mario, oder was? Das ist die Speicherstation. Ich kapiere das gerade nicht. Klammwerfer, Muni, ja. Wenigstens das finde ich toll. Hä, muss ich da zurück, oder was? Keine Ahnung. Ich gehe nochmal zurück. Vielleicht gibt es da nochmal irgendwas zu wissen, was ich vielleicht hätte tun. Sollen. Andersfalls habe ich dort doch gar keine Möglichkeit. Ich kann doch gar nichts machen. Ja, okay. Ich habe auch gerade keinen Bock zu funktionieren. Hä? Würdet ihr mich jetzt hier komplett einmal in die Irre führen, oder was? Ich habe mir keine Ahnung. Hier komme ich ja. Da kann ich hier. Strom wiederherstellen. Das ist ja nicht so schön, Alter. Da muss ich rein, normalerweise. Warum es jetzt nicht angezeigt wird, verstehe ich zwar immer auch nicht. Das ist ja nicht so schön. Äh. 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 Ja, ich will dir auch nur helfen, mein gländer Schnucki, Alter. Mach dir jetzt mal so einen schönen... Ich will das nicht. 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 Das ist ein gänzlich unbefugter Alarm. Komm. Bitte hören Sie auf sich einzumischen. Der Typ geht mir auf Eier. Könntest du bitte drauf gehen? Nicht rennen. Ja, nicht rennen. Arsch nicht rennen. Du bist. Äh. 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 Ich hasste diese Androids. Alle haben im geschützten Bereich. Fertig. Komm, Alter. Ja, ich bin overpowered. Ich bin so toll. Komm. Ich pick dich jetzt. Komm her. Ich werde sie einfangen. Ja, wenn ich hier anders weiß. Da, Alter. Bam. In your face. Lass mich in Ruhe. Steht bloß nicht wieder auf. Na, Alter. So komisch ein Fick. So muss ich sie da rumstehen, ey. Ich will dich ein schöneres vorstellen, ey. Was ist denn das? Das blinkt so schön. Hallo. Kann ich dich nicht? Nein, du bist schon, oder wie? Das ist so nett was. Äh. Ich hab doch die Pumpgun vorhin aufgehoben. Packt mein Spiel gerade, oder mach ich hier irgendwas falsch? Egal. Bleiben wir halt mal da. Und ich mach A. Weil ich schon drück. Es ist mir egal. Mach den Scheiß weg. Vielleicht finde ich hier irgendwas tolles. Spielzeug hat er so. Schatz. Schatz. Das sind Hefte. Das ist ein Dopsi. Das ist ein Dopsi. Das ist ein Dopsi. Und das ist alles Sankt Moin. Komponente. Komponenten sind schön. Guck dir sonst noch was? Nein. Wird so schön gewesen. Wow, ist mir passiert. Das sieht aber nicht toll aus. Alter, ich. Kann doch hier nicht durch das gesamte Quatschding da jetzt herumrennen. War da schon richtig? Sehr gut. Äh. Aber hier und einmal da. Alles klar. Ich möchte gerne hier weiterkommen. Ja, ja, ja. Stellen Sie den Strom wieder her. Ja, das ist Shane. Good moving. Das ist falsch. Fall abgebogen. Ich möchte bitte gerne zum Space Shuttle. Ich möchte nach Hause. Hab kein Bock mehr. Auf den Scheiß hier. 100.000 Räume. 100.000 Räumen folgen noch mehr Räume. Bitte. Fahren wir jetzt halt Aufzug. Ich hab die Funk noch ein zweites Mal aufgenommen. Das gibt keine Logik. Oh. Oh, jetzt ist es aber schön, dass das nur mehr Alien eigentlich jagt, ey. Das ist eine richtige Gewohltat. Aber wobei mir die ganzen Androids da auch mehr auf den Sack gehen. Die sind so ein kleines bisschen nervig. Öffne die Sicherheitsgitter der Galerie. Ja. Für den Quatsch. Muss ich den Strom wieder einschalten. Für den Strom. Oh mein Gott, das gibt's ja nicht. Da. Auf du Scheiß. Ich kapier's nicht. Ist hier was? Eine Karte aktualisiert. Gibt's hier irgendwie noch was zu wissen? Ist egal, vielleicht komm ich von da aus da rein. Die Tür verschlossen. Ist da vorne geht nicht. Hier müsste ich mich durchbuddeln. Dann würde ich da auch reinkommen. Hier verschlossen. Ist schön. Gibt's irgendwas? Nein. 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 Kann ich an der Speicherstation, kann ich mir einen Kaffee bestellen? Ich hab mal gerne einen Kaffee. Mit einem extra Schuss Milch. Nein. Ähm. Hier ist nix. Da ist nix. Da ist auch nix. Auch nix. Da kann man sich schön verstecken übrigens. Das ist toll. Oh nein. Ey, weißt doch nix wohin ey. Her mit meiner Taschenlampe. Hm. Gibt's gleich irgendwas? Oh man, ich hätte diesen dummen Kackdroiden einfach drücken sollen. Komm mit. Komm mit mein kleiner. Du bist hier kleiner. Du bist hier jetzt mein Nupsi, nicht wahr? Dein braver Nupsi und mach mir das auf, ja? Durch fein. Oh, der ist süß. Könnt ihr das Alien töten? Recher nicht. Das würde ich jetzt feiern, wenn das Ding einmal so das Alien überrollen könnte. Ja komm, ich kletter mal da rein. Solange ich hier vom Alien verschont geworden wurde. Hätte, denke, hoffe. Wäre das echt toll. Und deswegen kletter ich hier rein und hoffe mal, dass mir nix frisst. Und ich sehe gar nicht, wir sind wieder über der Zeit. Aber ist mir jetzt fast egal. Ich hab dir gefunden, wie man hier weiterkommt. Hallo? Wo bin ich eigentlich? Ich bin da. Aha. Das scheint dann wohl der... Keine Ahnung. Was ist das? Bauplan? Öffne sie das? Was? Was? Ach, eine EMP-Granate. EMP-Verrichtung detoniert beim Aufprallern der folgenden elektromagnetischen Puls setzt nicht industrielle da sind jetzt vorbeugelndes gefecht sind, aber warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ich freue mich, doch Annäherungsmine. Okay, cool. Ähm, ich sehe schon die... Ist das Schrott, was wir da reinmachen müssen? Nein, nein, ladungsbeck. Aber... Was mir jetzt gerade sehr gut gefällt, ist, dass ich mit diesem Teil könnte ich... Ich denke mal, das ist für die Androiden gemacht. Oder denke ich mal... Ja, ja, könnte blind sein. So, jetzt nehmen wir hier mal einen Shotcut. Ich glaube, nämlich diese Tür hier geht nämlich... Wieder schlechte Nachrichten. Am Arsch durch schlechte Nachrichten. Mit den Androiden stimmte was nicht, seitdem ich hier... Ja, wollte ich auch gerade sagen. Nein, das ist was anderes. Sie haben ihre Posten verlassen. Ich habe eben einige von Ihnen in einem öffentlichen Bereich entdeckt. Das ist nicht normal. Super. Lassen Sie auf sich auf. Oh, ho, ho, ho. Ach, genau. Ich habe keinen Bock auf die Dinger. Ich bin mit den scheiß Androiden da rumspielen. Weil sie so toll sind und so schön. Passt den Elektroschockern, haue ich sie kaputt. Allesamt haue ich sie kaputt. Kaputt. Naja. Hallo. Evolver-Munition. Eine Kugel war da drin. Sauber. Hier geht es runter. Wo geht es denn da schon wieder hin? Weitere nicht. Norm. Speicherstation. Schön. Wunderbar. Mit diesen Speichern denke ich mal. Das kommt wie gerufen. Ich mache hier erstmal einen Cut. Ich setze mich jetzt an die Bar und trinke einen kleinen Cocktail. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis dann.